Oh, das sind wirklich wunderschöne Zeiten. Ähm, Prinz. Ist er tot? Hast du ihn gebetet? Ja, die Bischöse! Jetzt wird die Religion nicht mit der Regierung interferieren. Wie können wir dich immer wieder reparieren? Du sagst, du würdest den Minister von Montreal freien, mein Herr. Entschuldigung, kein kann. Mit dem Bischöse und dem Ministern, ist mein Throne sicher. Aber mein Liege, wir haben eine Projekte gemacht. Sssst, du. Sssst. Richtig, du musst mit dem Duke Vancouver sprechen. Er kann dir helfen, in den Katakomben in Quebec zu kommen. Gib dem Duke das. Hörst du jetzt! Okay, Moment. Vorteile. Ah. Thronekampfwaffen wollte ich als nächstes nehmen. Perfekt. Und weiter. Nach Vancouver müssen wir jetzt. Okay. Okay. Da war Quebec. Vancouver ganz hier unten. Okay. Da mal rein. So. Wahrscheinlich hier oben, oder? Ja. Ja. Ich weiß. Aber Ottawa ist klar auf der anderen Seite des Kanadens. Wie müssen wir da kommen? Ja. Ja. Ich sehe. Oh, wow. Nein, ich wusste nicht. Ja, komm. Ja. Ich liebe diesen Mann. Nein. Nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Eine Lieder von der Prinzessin? Was die? Warum, insofern hat der Prinzess etwas zu tun mit dem Bischofs-Murde. Und hat den Minister unverletzt. Junge Mann. Wenn du möchtest, die Katakomben des Quebeces wirst, musst du mit den Mönchen sprechen, die in den Südüsten der Stadt leben. Nur sie können dich in so einer Schraubung trainieren. Ja. Gut, dann mal hier raus. Hier ist ja Banff. Nein. Wo müssen wir jetzt hin? Fest. So. Und da sind wir irgendwas zu tun. Also die G Mediаф hat sich warm gemacht. März von Cl balber, sie wissen eine Montage, die Crköapons nicht mehr schlecht. Ja, dann sind es jetzt Mar Advent und der Katastik fertig gibt. So ich habe roman ist dran. Ja, hier oben nicht. Alter, ist diese 8-Bit-Musik nervig. Na, egal. Willkommen in Vancouver, San Diego of Canada. Leute kommen von Farrenburg, um unsere 2010 Winter-Olympics-Märchandise zu kaufen. Was? 2011? 2010? Viele wundervolle Filme sind in Vancouver. Alle von ihnen sind über Kabinen, die terrorisiert werden. Ja, wie soll man denn darauf kommen? Terence und Philip. Oh, doch, wissen wir. Muss ich euch jetzt vorerst mal anfürzen? Was? Sick, dude. Who are you? What is the sound of one anus farting? Sweet. Whoa, dude. What is the sound of one anus farting? Now you know. Wow, God, he can cop a spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your face? Go on, keep proving yourself to us. Ew, what'd you eat? Yuck. Okay, gut, dann brauchen wir... The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes, prepare yourself, child. It is time for you to learn some true magic. He is the... K.O. gefurzt. Your magic is impressive, young American. Not since Eric Von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Can I show... Some objects seem too large to be damaged by magic. But now I will break through it with... Nagasaki! Here, watch again! I show... Believe in yourself! He 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 he! That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! These three pedophiles from Alberta will have their way with you, unless you damage them all with one move! Nagasaki! Halt! Nagasaki! Alter Schwede! That's it! You have the power! You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! And don't ever, ever fart on a man's balls! Ja, wissen wir, Mann. Machen wir doch nicht. Okay, dann mal weiter. Auf nach Cube Egg! Alter, Nagasaki! Alter, Nagasaki! Halt! Halt! Hahahaha! Oh Gott, das ist eine ganz schön große Meute. Ich glaube, der Kampf wird nichts. Nein. Verdammt. Wie müssen wir wegfutzen? Die müssen wir wegfutzen gehen. Ja, ja, gut. Okay, ein Edelstein, nix, schade, auch nichts, schade. Ich dachte, die waren betäubt. Oh nein, du nicht. Okay, Gegenstände. Nagasaki braucht 100 Mana. Okay, wir brauchen einen großen Mana-Trank. Und wir müssen 14. Alter! Verdammt verkackt, na egal. Messer! Das hätte viel schlimmer sein können. Ja, das hätte viel schlimmer sein können. Entschuldigung, ich hab halt Düster-Aids, okay? Kann ich ja nix für. Okay, hier gibt's doch ein wenig Loot. Warenrüstung. Einen Moment, Kanadier. Ok. Sehr schön. Hey, wir haben eine Aufwertung. Sehr schön, Nagasaki. Ähm, was wollten wir denn lernen? Dreidel, oder? Ja, wir wollten den Dreidel voll machen, oder? Diese Sachen sind nämlich echt nice. Sehr schön, okay. Dann mal weiter. Okay, zurück nach Amerika. Au, hey, alter, die Penner. Die haben immer noch durch, wie wird man das denn los? Halt, da haben wir nicht viel Mana, äh, Rüstung. Machen wir mal den Dreidel. Wie wird man denn düsterer jetzt los? Nein, ich will noch mal nach Kanada. Achtung! Hell, ich will mich noch mal heilen lassen. So, und? Keine der Barbaren-Zeug. Alter, 70 Rüstung. Alter Schwede. So, was können wir da geiles draufhauen? Naxt 2. 50 zusätzlichen Schaden. 200 zusätzlichen Schaden. Komm, 200 zusätzlichen Schaden. Barbaren-Handschuh haben wir nicht, oder? Nee. Barbaren-Helm. So, was können wir da noch cooles draufhauen? 40 mehr Schaden? Okay, 205 Rüstung, gar nicht schlecht. Gut, gucken wir mal, ob wir nicht noch unser Düster-Aids hier loswerden. Gab's hier nicht einen Heiler? Doch. Ich sehe, du hast Diya-Aids. Ich kann sie für 5... Du bist jetzt Diya-Aids. Du hast noch Diya-Aids, aber es ist nicht mehr Diya. Es ist wie Magic Johnson-Aids. Okay. Lass mich raus, dann. Wir haben einfach hier durch. Scheiß auf die Zombies. Haben wir hier schon mal? Einfach durch. Okay. Kann man sich hier... durchfutzen. Nein, anscheinend nicht. Okay. Wo geht's denn hier lang? Auch irgendwo in den Wald, okay. Huh. Mir egal, gut. Und wir müssen Al Gore loswerden. Der spammt nämlich die ganze Zeit mein Facebook voll, der Penner. Al Gore, du Arschloch. Du bist zurück, Junior Al Goreein. Aber warum hast du keine von meinen Facebook-Messagen gefallen? Unless... Of course. Du bist kein normaler Mensch, Kind. Es ist du, Man-Bear-Pig. Ha, ich habe dich jetzt. Lass uns kämpfen bis zu der Tod. Was? Was? Ich habe es geschafft. Jetzt schauen wir uns, wie du durch eine ganze Präsentation auf globale Warmung schläfst. Oh nein! Aber ich kann dir die Eier abschneiden. Und zwar genau so. Gortastik! Protekt den alten Vizepräsidenten! Die Mana-Trank. Nein, nicht genug für Nagasaki. Okay, das trifft aber nur ein. Wir brauchen was Heftigeres. Okay, wir brauchen den Dreadle of Doom, oder? Können wir nicht. Warum können wir keinen Dreadle? Alter, sind die alle tough. Okay, wir brauchen den Dreadle of Doom. Ja! Ja! Nur hat ja mal gar keinen Schaden gemacht. Na gut, dann halt der Weg des Schwertes. Nee, macht keinen Sinn. Dann gibts halt so aufs Maul. Alter! 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 Alter, haben die viel Rüstung. Okay, wieder Belebungsdrang. Okay, Fähigkeiten. Probieren wir unser Glück. Ich bin getrunken! Ich bin getrunken! Ich drücke A bis D und da nichts passiert. Die hab ich doch geblockt, mann. Alter, komm schon! Die OP sind dem deine Secret Service, Leute, bitte. Du bist zurück, Junior Algorian. Okay, noch ne Runde. Ich bin Stan Marshwalker, Bruder von Wolfen und Badgers. Jetzt schauen wir, wie du durch eine gesamte Präsentation auf globale Wärmung sitzen möchtest. Komm schon! Du kannst nicht die scientifische Sicherheit des globalen Klimaschutz. Ja! Doch, können wir. Gegenstände. Tempotrank, komm schon! Zweimal dran sein. Jaws an die Eier. Genau so. Dann anschließend. Ein Juden Jujutsu. Oh! Ah, das funktioniert nicht. Okay. Okay, perfekt. Hier prügel ihm mal richtig einer rein. Und jetzt brauchen wir eine Schleuder. Und jetzt brauchen wir eine Schleuder. Und jetzt brauchen wir eine Schleuder. Oh! Oh! Perfekt! Leider muss der weg. Wegen dem Pfannkampf. Was ich vielleicht vorher machen sollen. Ja! 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 Sündig! Ja! Ja! Zehn' Endlich. Geh, perfekt. Der Bogen ist nicht so wirklich gut. Na komm. Time to warm up the crib. There once was a maiden from stu, 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 from Stoneberry, hallo. She didn't talk much, but boy did she swung, boy did she swallow. I had a nice lance that she sas, sas, that she sat up, ha, the maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Boom, motherfuckers. Ha! Ha! Ja! Okay. Ja! Alter! Geh, Wiederbelebung. Alter, sag mal, was spinnst du denn gerade so? Ja, endlich, na bitte. Wunderbar. So. Hm, nicht schlecht. Alter! Alter! Okay, die Schleuder geht aber noch. Okay, die hat gezimmert. Auch wenn er tot ist. Gegenstände, Wiederbelebungstrank, auch wenn er von jetzt irgendwie grad alle verbrauchen, aber egal. Du siehst mich fest, ich habe nur ein Ding. Ich bin getroffen! Wir sind überrascht! Nein, er heilt sich wieder! Warte, ich kann nicht sterben! Ich war fast knapp Präsident! Geh du, mein Freund, gib ihm mal einen kleinen, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber die sind immer voll. Ey, wieso? Jetzt soll ich die auch noch down machen, oder was? Was? Ah, fuck! Alter, was ist das eigentlich für ein behinderter Fight? Ich hätte gesagt, den machen wir in der nächsten Folge. Also, wegtreten! Hauptmann out!